so eine folge hänge ich jetzt noch ran hier weil ich gerade lust ab wir wieder in die hängenden gärten weil dann nämlich alles hängt auch bei uns wir können ja auch noch mal was für den schiff haben da traue ich jeden das verkaufen war muskelding sowas für den schild gewählen waffen waffen gegen amulette das ist alles schon episch was also nix dabei so also zwei neue dann auch noch ja 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 ganz schön starke piecher die Nein, 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 nicht mich. Ich bin ein Schiff, aber ich bin ein Schiff, aber ich bin ein Schiff. Ich glaube, im ersten Durchlauf haben wir hier wesentlich länger gebraucht Ich glaube, im ersten Durchlauf haben wir hier 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 so lassen wir erstmal den erdkennbewohner noch heilen und energie tanken genauso wie unserem welchen könig wo es kein gift abkriegen Oh! Oh! K- 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 Das war's für heute. Mann, die machen wir echt relativ schnell platt. Hallo. Ich hatte echt Angst ein bisschen vor diesem Tempel. Aber läuft. Aber wir kriegen keine Rebengewächse. Schweinerei. Okay. 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 So, die beiden noch. Dann können wir die Treppe wieder nach oben nehmen. Okay. 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 das wurde aber eh gleich drin sind mache ich einfach die folge ein bisschen länger wir sind doch noch nicht so es geht noch mal hoch aber so lang kann es eigentlich nicht mehr sehen hoffe ich ja ja Was ist das? Und hoch. Was ist das? Oh, der verpumpt uns ja. Habe ich gesehen. Wie viel kann man eigentlich noch einpacken? Wir waren nicht einmal bieten bisher. So, dann hoffe ich mal, kommt gleich ein Brunnen der Wiedergeburt. Irgendwie nicht, ne? Doch, da ist einer. Gut, dann gibt es hier die Aufnahmepause. Spitze bedanke mich. Bis dann.